Ich bitte Gott nur darum, dass uns die Zukunft nicht gleichgültig sei, dass uns der Tod nicht erwische, ohne genug getan zu haben, dass man mich nicht hier ohrfeigt und ich den anderen noch hinhalte, dass der Krieg mir auch nicht gleichgültig sei. Das ist ein Riesenmonster und zertritt, zertritt die Würde unserer Leute. Solne Birius! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017